Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind in unserer Reihe über Ayurveda. Erinnern Sie sich noch an die drei Doshas. Wenn wir heute über das Abnehmen sprechen, dann ist es wichtig, dass wir uns die nochmal vergegenwärtigen. Die drei Doshas heißen Vata, Pitta und Kapha. Vata steht für Bewegung, also alle Bewegungsabläufe im Körper werden von Vata gesteuert und dirigiert. Wenn Sie den Arm heben oder wenn das Herz schlägt oder die Lunge sich ausdehnt oder eine Zelle sich teilt oder die Elektronen um den Atomkern herumwirbeln, wo immer Bewegung ist, Vata aktiv. Das zweite Doshas heißt Pitta. Pitta ist verantwortlich für die Verdauung, für den Stoffwechsel, für den ganzen Energieumsatz in unserem Körper, für die Wärmebildung, den Säurebasenhaushalt. Alles, was in unseren Körper gelangt, wird von Pitta zerlegt und in den Körper wieder transformiert. Und Kapha ist die Masse, die Struktur, die uns Festigkeit und Stabilität gibt. Und diese drei arbeiten immer zusammen. In jedem Prozess sind immer alle drei involviert. Nun, es kam neulich eine Patientin zu mir, die unter deutlichem Übergewicht litt und die sich über Ayurveda schon belesen hat. Nun hat sie gesagt, sie hat ein klassisches Kapha-Problem. Und darin liegt ganz genau das Missverständnis bei vielen Menschen, die glauben, sie könnten abnehmen, indem sie nur ihr Kapha reduzieren. Wussten sie, dass 67 Prozent der Männer in Deutschland unter Übergewichtigkeit leiden und 52 Prozent der Frauen? Oder viele von ihnen werden möglicherweise schon mal eine Diät gemacht haben, um Gewicht zu verlieren. Und was wird ihnen im Allgemeinen gesagt? Es ist eine ganz einfache Bilanz. Wenn sie mehr Kalorien zu sich nehmen, als sie wieder verbrauchen, dann werden sie zunehmen. Wenn sie weniger Kalorien zu sich nehmen, als sie verbrauchen, werden sie abnehmen. Wenn sie genauso viel Kalorien zu sich nehmen, wie sie verbrauchen, bleibt ihr Gewicht konstant. Also was wird ihnen empfohlen? Reduzieren Sie Ihre Kalorien und bewegen Sie sich mehr. Das heißt, erhöhen Sie Ihren Kalorienverbrauch. Wenn das Ganze so einfach wäre, dann würden viele Menschen immer nur abnehmen. Aber so einfach ist es nicht und das werde ich Ihnen auch nicht sagen. Ich sage Ihnen ja auch nicht, wenn Sie einen erhöhten Blutdruck haben, jetzt senken Sie doch einfach mal Ihren Blutdruck. Wenn wir uns aus ayurvedischer Sicht mit dem Abnehmen auseinandersetzen, dann betrachten wir natürlich auch immer diese drei Doshas. Und wenn Sie diese drei Doshas näher analysieren, gerade bei Menschen, die unter Übergewicht leiden, dann stellen Sie immer drei Dinge fest. Nicht nur, dass das Kapha sich erhöht hat, also die Masse, die Materie, sondern sehr häufig ist der Ursprung ein erhöhtes Vata. Und das Vata erhöht sich sehr häufig durch zu viel Stress. Wenn Sie einfach zu viel Stress haben, was passiert dann? Ihr Vata wird angeregt. Und gleichzeitig wird auch noch Ihr Pitta angeregt. Nun, was macht der Körper? Der Körper versucht immer einen Ausgleich herzustellen. Wenn Ihr Vata zu hoch wird, dann reagiert der Körper, indem er sein Kapha hochreguliert, um das überschüssige Vata wieder auszugleichen und zu neutralisieren. Also, was signalisiert er Ihnen? Er signalisiert Ihnen, schieb mir etwas Kapha in meinen Organismus. Und was machen Sie dann? Sie greifen zur Schokolade, Sie greifen zu einem Croissant, Sie greifen zum Kuchen. Also, irgendetwas, was Ihnen schnell Kapha zuführt. Weil Kapha wird insbesondere angeregt durch Süß, durch die Geschmacksqualität Süß. Also, essen Sie zwischendrin, als Zwischenmahlzeit etwas Süßes. Und umso mehr sich das Vata erhöht, umso mehr wird der Körper mehr Kapha anfordern. Also, was passiert im Laufe der Zeit? Das Vata ist hoch, das Kapha wird immer noch höher. Und durch diese Zwischenmahlzeiten wird Ihr Feuer, Ihr Pitta immer mehr unterdrückt. Also, ein übergewichtiger Mensch hat im Wesentlichen ein Problem, dass das Vata zu hoch ist, dass das Kapha zu hoch ist und dass das Pitta zu niedrig geworden ist. Wenn man aus ayurvedischer Sicht jetzt eine Übergewichtigkeit wirklich nachhaltig und effektiv therapieren will, dann muss man dafür sorgen, das Vata zu beruhigen, das Kapha zu beruhigen und zu senken und das Pitta anzuregen. Das widerspricht sich im therapeutischen Vorgehen häufig und deswegen muss man das Ganze schrittweise angehen. Aus dem Grunde ist es sinnvoll, in der Therapie darauf zu achten, das Vata zunächst zu senken. Gleichzeitig aber auch darauf zu achten, dass das Kapha nicht hoch geht und, was ganz wichtig ist, das Pitta wieder zu stärken. Also das Agni, das Feuer, unsere Verdauungskraft, unseren Stoffwechsel anzuregen. Und wie gehen wir hier jetzt vor? Das machen wir durch ein umfassendes Programm und dabei ist wichtig, dass wir nicht versuchen, so schnell wie möglich, so viel wie möglich an Gewicht zu verlieren. Denn das führt erfahrungsgemäß immer zu dem Jojo-Effekt. Wussten Sie, dass beispielsweise unser Mikrobiom, also unsere Darmflora, die Bakterien in unserem Darm, sich merken, wie unser Gewicht ist? Und wenn wir jetzt beispielsweise so schnell wie möglich, so viel wie möglich Gewicht verlieren, dann bedeutet das noch lange nicht, dass sich die Verteilung der Darmbakterien verändert. Das dauert etwa sieben Monate. Und damit verliert die Darmflora, also das sogenannte Mikrobiom, auch die Erinnerung an das alte Gewicht. Nur so ist es möglich, langfristig und nachhaltig das Gewicht zu reduzieren. Aus dem Grunde geht die ayurvedische Medizin nicht so vor, dass man versucht, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Kilo zu verlieren, sondern es geht darum, es nachhaltig zu machen, den Stoffwechsel wieder auszubalancieren, dafür zu sorgen, dass er richtig gut arbeitet. Und das hängt sehr, sehr häufig an unserem Pitta. Also, wie würden wir vorgehen? Ich gebe Ihnen drei Tipps an die Hand, die Sie vielleicht sofort einsetzen können. Tipp Nummer eins besteht darin, Vata zu beruhigen. Wie kann man Vata beruhigen? Indem Sie versuchen, den Stresslevel etwas zu reduzieren. Und das heißt Ruhe. Achten Sie darauf, Ruhephasen in Ihren Tag einzubauen, ausreichend zu schlafen. Was sehr hilfreich ist, ist, dass Sie beispielsweise sich gelegentlich auch eine Ölmassage machen. Idealerweise zuvor mit Luferhandschuhen den Körper aufzurauen und danach eine Ölmassage zu machen. Etwa 15 Minuten danach warten und dann erst duschen am Morgen. Den ganzen Körper mit Öl einzumassieren. Damit können Sie bewerkstelligen, dass Ihr Vata sich etwas senkt. Der zweite Tipp betrifft nun Pitta. Um Pitta zu erhöhen, verwenden wir am besten Gewürze. Gewürze zum Essen. Und zwar scharfe Gewürze. Dazu gehören Pfeffer, dazu gehört Ingwer, dazu gehört beispielsweise auch Kurkuma. All das regt Pitta an. Sie können beispielsweise vor dem Essen immer eine Ingwerwurzel aufschneiden und zwei, drei, vier Scheibchen einer Ingwerwurzel kauen, weil Sie dadurch automatisch Ihre Verdauungskraft anregen. Ein weiterer guter Aspekt ist natürlich, wenn Sie beispielsweise ab und zu in die Sauna gehen, weil Sie damit Ihr Pitta auch anregen. Und Sie können ruhig in eine finnische Sauna gehen, wenn Sie das nicht so gut vertragen, dann gehen Sie in eine etwas nicht so heiße Dampfsauna. Damit regen Sie Pitta an, beispielsweise auch, indem Sie viel heiße Getränke zu sich nehmen. Also heißes Wasser, heißes Ingwerwasser. Sie können auch Kurkuma oder etwas Zitrone hinzufügen. Damit regen Sie Ihr Pitta an. Und was können wir tun, um Kapha zu senken, am besten uns zu bewegen. Viel Bewegung. Gewöhnen Sie sich an, nach dem Essen einfach einen Spaziergang zu machen oder grundsätzlich wenigstens 6000 Schritte am Tag zurückzulegen. Denn damit regen Sie Ihren Stoffwechsel natürlich auch an. Das sind einfach nur mal drei Tipps, mit denen Sie beginnen können, um Ihr Übergewicht, unter dem Sie möglicherweise leiden, zu reduzieren. Was außerdem sehr hilfreich ist, wenn Sie sich angewöhnen können, einfach morgens das Frühstück wegzulassen oder dieses klassische Intervallfasten, die 16-8-Regel, einzuhalten. Diese 16-8-Regel einzuhalten ist gerade bei Menschen, deren Kapha zu stark angeregt ist, eine reine Gewohnheitssache. Es dauert möglicherweise drei, vier, fünf Tage, bis Sie sich daran gewöhnt haben. Aber Sie werden feststellen, wenn Sie das mal zwei Wochen durchgeführt haben, dass Ihnen das Frühstück am Morgen nicht mehr fehlt. Im Übrigen ist das Intervallfasten keine moderne neue Idee. Es ist ein Konzept, das seit Jahrtausenden im Ayurveda existiert. Nur, dass wir es heute in Ihrer wissenschaftlichen Bedeutung auch begreifen. Wenn Sie wissen wollen, was für ein ayurvedischer Typ Sie sind, dann gehen Sie doch in der Beschreibung bitte auf den Link, der Sie auf den Test führt. Und der wird Ihnen dann zeigen, was für ein Dosha-Typ Sie sind. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit einige wertvolle Tipps geben konnte, um Ihr Ziel zu erreichen, das Idealgewicht zu erreichen, Ihr Wohlgefühlgewicht zu erreichen. Das Idealgewicht ist nicht für einen Kaffa-Menschen das gleiche wie für einen Vata-Menschen. Es geht um Ihr Wohlfühlgewicht, so dass Sie sich wirklich wohlfühlen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Wenn ich Ihr Interesse für den Ayurveda geweckt habe und er Sie genauso fasziniert wie mich, dann abonnieren Sie doch bitte diesen Kanal. Und Sie werden viele praktische Tipps bekommen, die Ihr Leben betreffen und die dafür sorgen, dass Sie ein gesünderes und glücklicheres Leben führen können. Ganz herzlich, Ihr Ulrich Bauchofer.